Servus und willkommen zu einem neuen Unboxing und zwar habe ich für euch ein Farbupdate vom Mercurial Superfly 4 und zwar ist es die grüne Version. Das ist die Farbversion von Cristiano Ronaldo und ich wünsche euch viel Spaß beim Unboxing. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.